Die Zivilgesellschaft bewährt sich in der Abwehr und in der Relativierung und in der Einhegung und Begrenzung der sonst so wichtigen Leitwerte wie Macht ausüben in der Politik, auf Effizienz schauen in der Wirtschaft. Bedenklich wäre es jetzt aber, wenn man sich gewissermaßen so als Kulturbürger geben würde und sagen, na, dann lassen wir in unserer schönen Gesellschaft tausend Projekte sprießen und tausend Projekte lockern allmählich den Boden und die richtige Politik kommt von selbst. Ich glaube, das ist zu einfach gedacht. Ich meine, wir sollten Staat in die Verantwortung nehmen für eine Reformpolitik, die diese Aufbrüche, diese dann auch oft zivilgesellschaftlichen Aufbrüche, ernst nimmt und ihnen Raum gibt. Und da macht es dann schon einen Unterschied, ob es ein Gesetz gibt, das, nehmen wir das Beispiel des Schulbereichs, der einzelnen Schule mehr Autonomie einräumt und damit auch den einzelnen Lehrern und der Schulleitung Möglichkeiten fragen, wie Schulspeisung anders zu gestalten, sich andere Kooperationspartner zu suchen, die Wirtschaft als zivilgesellschaftlichen Kooperationspartner vor Ort zu entdecken, wenn uns um Beschäftigung später den Eintritt ins Arbeitsleben ihrer Schüler geht und, und, und. Ja, also dann hängt sehr viel von der Politik ab. Und deshalb lässt sich über den Wert oder Unwert zivilgesellschaftlicher Innovation nur etwas sagen, wenn wir sie zusammendiskutieren, mit der Bereitschaft und Fähigkeit heutiger Politik diese Anstöße auch aufzunehmen. Und da muss ich allerdings sagen, hapert es in ganz vielen Bereichen ganz erheblich. In vielen Bereichen sind Innovationen nach wie vor doch oft außen vor oder sie werden nur deklamatorisch benutzt, als etwas, das man sich ins Knopfloch steckt. Und wir haben noch nicht den Punkt geschafft, um solche neuen Ansätze in verschiedenen Systemen, auch gewissermaßen, ja, zur neuen Generation der Normalität zu machen. Eine Umwelt persönlicher zu gestalten, dem Stadtleben eine neue Bedeutung zu geben, Werte wie Community aufzuwerten. Wenn wir dabei mal bleiben. Dann hängt vieles davon ab, wie ich von Seiten unter anderem der Politik mit solchen Innovationen umgehe. Nehmen wir mal neue Aufbrüche im Schulbereich. Oder nehmen wir mal das Beispiel, das vielleicht viele kennen, der Urban Gardening-Bewegung, wie wir es in Berlin am Beispiel der Prinzessinengärten studiert haben. Ich kann so damit umgehen, dass ich sage, nett, dass das da ist. Touristen bringt es auch. Und ich kann es auf die Umschlagseite des städtischen Gartenamtes bringen. Das ist ja nun nicht gegen die Initiative gerichtet, aber der Unterstützungseffekt ist da doch sicherlich sehr begrenzt. Ernster wird es schon, wenn sich die Frage stellt, was tun wir mit dem Grundstück am Moritzplatz, wo diese Initiative Garten kultiviert, geben wir das Grundstück, das wir denen nur zur Zwischennutzung gegeben haben, gleich dann zurück, wenn ein anderer kräftiger Investor aufkommt und das endgültig aufkaufen will. Wenn sich da dann eine Stadt durchringen kann, und das scheint offenbar nach anhaltendem Widerstand aber auch und öffentlicher Druck der Fall gewesen zu sein, die Liegenschaftspolitik so zu ändern, dass man sagt, nein, wir geben nicht automatisch dieses Grundstück dem finanzkräftigsten Investor, sondern denjenigen, die dort auf eine Art investieren, die den ganzen Stadtteil nutzt. Und das könnte man bestimmt reklamieren für das Projekt Prinzessin Gärten. Dann hätte Prinzessin Gärten eine Veränderung angestoßen in der öffentlichen Politik, die weiterreichend ist. Also vieles hängt davon ab, ob ich diese Innovation nur so als App bediene oder damit schön Wetter machen kann oder sagen kann, schaut mal her, wir machen etwas, oder ob ich die Muster für einen anderen Umgang mit den Problemen, die wir heutzutage haben im Großstadtleben, ob ich diese Muster erkennen kann und mich frage, wie kann ich daraus Schlüsse ziehen für den Mainstream meiner Politik und für die Strukturen der Politik. Einerseits ist es in der Tat der Bereich, wo nichtstaatliche Akteure das Sagen haben. Berufsvereinigungen, Krankenkassen, Pharmaindustrie etc. Aber die Art, wie sie miteinander umgehen, denken wir mal an das Hauen und Stechen der Ärzte um die Verteilung der immer knappen Budgets, denken wir auch an den Einfluss der Pharmaindustrie auf die anderen Akteure in diesem ganzen Bereich, dann wünschte man sich eigentlich schleunigst in diesem Bereich mehr staatliche Regulation her. Also die einfache Transferierung von Verantwortlichkeiten an andere nichtstaatliche Träger kann nicht das Allheilmittel sein, wenn sie nicht begleitet ist mit der Frage, im Namen welches Projekts hier, welche Art von Medizin, welche Art des Umgangs mit Gesundheit bringt zum Beispiel so etwas, diese Aufwertung der Berufsverbände, der Ärzte, tatsächlich das, was heute ein Gemeingut ist, mit weiter voran. Gemeingut meine ich in der Aufwertung von Public Health, Gesundheitsförderung anstatt rein der kurativen Medizin. Das Beispiel ist also sehr sprechend dafür, dass mehr Zivilgesellschaft nicht allein eine Frage geschickterer Governance-Mechanismen ist, sondern auch eine Frage der Ziele, die wir uns in diesen Governance-Zielen setzen, der Wohlfahrtsziele und der Kultur des Umgangs miteinander. Wenn wir runde Tische haben, dann brauchen wir auch eine Mentalität der runden Tische. Aber wenn wir runde Tische haben mit der Mentalität von lauter Interessenvertretern, dann wird das Instrument wertlos. Und dann wird das Instrument wertvoll.